Das gefällt dir doch. Ähm, warum bringst du ein radioaktives Fass? Ne, das ist nicht radioaktiv, okay. Ich will dich aufschlagen bitte. Ich hab auf das Fass geschaut und ich wollte dich nicht töten. Ich stand hinter dem Fass. Da ist die Rache. Ich stand, das Fass explodiert und wir sterben beide. Wollt ihr dich nicht alleine töten? Sie explodiert doch gar nicht. Das ist Biohazard, nicht hohexplosiv. Ja, ich kenn den Lab nicht. Es explodiert nicht. Das siehst du doch als Symbole auf dem Fass. Es explodiert doch nicht. Ja, kann doch trotzdem explodieren. Nein! Weil es nicht explodieren würde. Das ist doch unlogisch, Mann. Rote Fässer explodieren. Rote Fässer explodieren mit einem Flammen drauf. Die sind rot. Warte, 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 was? Welche Farbe? Rot mit Flammen drauf. Explosive Zeit. Das merk ich mir nicht. Ja. Da steht auch Flamable drauf. Flamable? Was heißt denn das wohl? Dass man es flamen kann. Ich kann Englisch. Was? Das sein. Ich höre Thomas. Und der Thomas hat mich verfehlt. Wie ist das ganz? Rai und ich verzugs. Woops. Peace. Ich hab keine Waffe, bitte. Cro-Marvel, Cro-Marvel. Mann, scheiße. Was? Rai und ich bin sexy. Wieviel Leben hat es noch später? 80. Schade. Das wäre lustig, wenn ich mich wieder Koma weghause. Rai und ich bin sexy, wie sich die zwei weißen Punkte auf deinem Arsch unterbewegen, wenn du räufst. Das gefällt dir doch. Ja, natürlich. Vor allem, weil sie weiß sind. Ich nehm wieder Derpy. Ah! Was? Ich hab wieder Derpy. Ja, dann war die Plattform zu Ende. Cool, und meine Augen eigentlich auch über den Skimm? Ja, die bewegen sich. Oh, ich bin Derpy. Immer wenn du deinen Kopf drehst, bewegt sich hier nicht der Kopf, sondern die Auge. Die Auge. Ich will jetzt ein Explosives fassen. Ich glaube, auf der Map gibt's keine Explosives. Übrigens kenne ich die Map doch. Echt? Habt ihr schon mal gesehen in einem YouTube-Video? Ich meine, dass es hier auch Traitor fallen gibt. Natürlich, ist easy. Autsch. Da war einer? Ich wollte von einem Ding auf das andere Ding springen und dann war da das Ding zu Ende. Natürlich. Die Container, so als Condena, ja. Condena vor allem. Was ist mit den blauen Fässern? Explosieren die? Condena. Nee. Diffusion aus ConCrafter und DNA. Condena. Was ist denn ein DNA? Ja, YouTuber. Muss man nicht kennen. Nö, hat ja auch nicht. Kennst du einen, kennst du alle. Ich meine, du meinst, kennst du einen, kennst du alle, Diener? Nee, kennst du einen Mainstream-Youtuber, kennst du Diener. Ich dachte, dann kennt man hier, äh, Dings hier. Oh, ich bin beim Helicopter. Ja, lass zusammen rein. Ich bin drinnen. Zusammen rein. Ja, komm rein. Ja, mach ich doch. Ja, mach ich doch. Und jetzt start... Ja, er startet! Warum bist du eigentlich gehört? Weil ich vorhin runtergefallen bin vom Container. Vom Condena, Entschuldigung. Weißt du, was mich interessiert? Hm? Ich würde gerne eine Sache wissen. Ich würde gerne eine Sache wissen. Was passiert, wenn du mich hier runterschubst? Ja, genau. Probieren wir es doch aus. Ging hier grad. Was war das? Er schickt Thomas hoch. Hat er von... Meine Leiche gestockt? Oh mein... Alter, die Leiche! Alter, wie geil! Fumplail, Fumplail, Fumplail! Geil. Ja. Alter, Alter. Ich hab auf jeden Fall deine scheiß Leiche. Alter, wie geil! Du kannst du nichts anderes mehr daraus machen. Du hast ja überall solche dummen Leichschnurchen. Das ist halt das Geile an uns. Fumplailove! Ketchup! 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 Nein, Derpy! Jetzt Wasser, Derpy! Stirb, Derpy! 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 Weiß ich nicht? Testen wir! Ich spring auf mich drauf, und ich spring manchmal runter. Nein! Dann spring ich drauf. Leute, ihr solltet nicht sterben, ne? sterben sollen own Bisschum sein, habe ich gehört. Carryt, ne? Da gehts runter, scheisse! Häh Calvin? Man kann einfach unten leben! Ich kann unten schwimmen! HEY構,fera tö allergy! Ich hab hier ihre Partie song bois. Ehrlich! So Sabbat Beau uns Dinner. Das zieht ihr meine Hände ab, oder nicht? Nein! Gar nicht. Ich habe untenczyn. Bleibt einfach am Leben! Ihr schwimmen dann tschöö! Bis dann, Leute! Ihr solltet einfach nicht sterben. Na, das ist auch gut. Das ist gut, wenn ihr nicht sterbt. Ich bin nochmal weg, hier ist unser Mann, scheiße. Was ist jetzt? Das ist immer noch das Beste. Halt, wie weit komme ich hier? Ich bin nochmal weg, ne? Wenn ihr immer nur lebt und euch nicht verletzt und nicht sterbt, das ist das Beste, Leute. Ich wasche mich mal. Ihr solltet einfach nicht sterben. Ich glaube, er redet so viel, damit er Leute nebenbei töten kann. Ich habe mich schon gemutet. Ihr solltet nicht sterben, denn das ist ganz ungesund. Chris! Ganz, ganz ungesund, Kinder. Was? Ich wasche mich mal, ne? Was ist, was ist denn hier? Ich wasche mich. Achso, ja, aber das stirbt dabei nicht, ne? Nein, das stirbt dabei nicht. Das? Was? No fucking smoking steht hier am Schiff, fett am Schiff oben. Wieso sehe ich das ja jetzt? Da oben steht einfach no fucking smoking. Warum ist das scheiß Schiff eigentlich so komisch abgesägt? So sieht kein Schiff von hinten aus. Hier, das macht Aua, glaube ich. Das war's? Das war's dann? Ich weiß, wie ein Schiff von hinten aussieht. Ja, das fast macht Aua. Nimm der denn Schiffe gerne von hinten? Das fast macht Aua. Darf ich mal ausprobieren? Stell dich da mal ran. Das macht Aua. Macht anscheinend nicht Aua. Nee, warte mal. Stell es mal hin und guck mal an. Warte. Ich war die ganze Zeit im Wasser, ne? Also SS-Boostet, siehst du was? Chris, guck runter. Chris, guck runter. Andere Seite, wo du gerade wach hast. Was hast du denn nicht in deinem Kopf explodiert, Mann? Ich geh wieder runter, tschö. Da bin ich sicher. Der Sinn war, dass du fast in deinem Kopf explodiert. Ja, das ist fast nur weggeflogen von meinen Füßen. Das war nicht das, was ich gewollt habe. Ja, und dann ist es irgendwann nach 20 Jahren des Herumfliegens, man explodiert. Das war nicht das, was ich gewollt habe. Ah, nee? Ja. Hast du schon gesagt. Ich bin ja schon wieder innozint. Ich bin schon wieder Traitor. Und ich bin ein Traitor-Pony. Ich bin ein Traitor-Pony. Geh weg, Held. Du kannst mir eine Traitor-Wafel droppen, dann können wir zusammen Traitor sein. Ich weiß schon mal, wo ich mir hier bin. Eine coole. Irgendwas richtig krasses. Ah, und was machst du denn damit? Ich helfe dir dann. Und wie? Indem ich alle anderen töte. Außer mich? Ja. Oh, man kann richtig ins Schiff rein. Du kannst dem Pony vertrauen. Was? Man kann unten auch rennen, die Unterdecks? Alter, tatsächlich. LOL. Richtig. Ich weiß doch, dass du den Pony vertraust. Ich weiß aber gar nicht, was das hier alles macht. Ist das hier eine Küche? Das ist die Küche und da liegt eine Leiche drin. Und man kann nicht rein. Ja, das habe ich auch schon festgestellt. Guck mal, was das macht. Das geht sogar noch weiter. Ah, da geht es über zwei Stockwerke dann. Ich bin jetzt im Stockwerk über dir. Oh, da kann man sogar in die Kabine rein, was? Nee, warte, das hier. Wo geht es hier hin? Hier geht es wieder in unser Stockwerk. Das hat mir nicht geklappt. Doch, da liegt doch. Bist du blind? Das ist eine Pistel. Oh Gott. Bist du mir sowas? Au. Ja, was weiß ich, was die macht? Au, das sieht nach dem Lagerraum aus. Die macht gar nichts. Doch, die ist super. Probier die aus. Ah, nicht an mir. Alter. Jetzt komm, geh hin und töte jemanden. Komm hier nicht drauf. Mafia-Boss. Oh ja, die können wir zerstören. Schieb sie raus. Gibt es ja auch wieder Kabinen oder so. Wo gehst du denn hin, Pony? Shoppen. Warte, warte, warte. Das ist der Magnetostick. Ja, ja, ja. Warte. Geklappt das? Okay, klappt nicht. Vergiss das. Alter. Sorry. Oh. Ich wollte den Automaten schlagen. Nicht. Wie hoch man kam bei dem Fick? Aber das war nicht so professionell. So, wie bringen wir die jetzt vom Schiff runter? Wir müssen die irgendwie vom Schiff runter bringen. Alter, ich habe einen Helikopter. Ja, den hatten wir vorhin auch schon. Komm mal hoch hier. Weißt du nicht mehr, da hing mal meine Leiche dran. Ja, komm mal hoch hier. Warte, da hast du eine Tür. Ja, warte, ich versuch mal die. Nee, die ist auftexturiert. Die geht nicht auf. Komm mal hoch hier. Wir fliegen euch zusammen mit dem Helikopter. Ich glaube, wir bringen die Automaten hier nicht raus. Leute, ja, wo seid ihr? Wir sind im Lagerraum vom Schiff, vom Flugschiff. Ich komme hier nicht rein, ich bin dumm. Warte mal, komm mal, geh mal das Flick. Nicht da, wo der Helikopter ist, sondern auf der anderen Seite gegenüber ist der Eingang. Genau. Das überlebe ich aber nicht, wenn ich hier unterspringe. Wie heißt die Vorderseite Bug? Ich habe gerade ganz neue Räume. Heißt die Vorderseite Bug beim Schiff? Ja. Ja, gut, am Bug vorne ist der Eingang. Alter, kommst du jetzt mal mit, Conny? Ich guck die Map an. So, bist du am Bug? Ich bin hier am Bug, ich warte hier auf dich, dann kann ich es dir zeigen. Wo ist hier der Lagerraum? Der ist am Bug vorne. Wie kommt man da rein? Ja, außen, ganz nach vorne und an Bug dann durch die Tür. Spitz, ich seh dich auch ein. Ah gut, folge mir, folge mir. Ja, warte. So, der Lagerraum ist nämlich hier. Da ist die Küche. Rayon! Das war eine sehr gute Idee. Mondfeuer. Wieso tropfst du mir wirklich eine Pistol? Da stand, dass sie super toll sein soll. Das ist die Fake Pistol, du Dulli. Was war das für eine Pistol? Er tropft mir einfach eine Pistol. War das eine Golden? Nee, die kriegt ja nur der Detective. Nee, nee, Dragon irgendwas. Ah, die macht einfach nur extrem viel Schaden. Rayon, ich kann es dir jetzt zeigen, wenn du da bist. Rayon, bist du da? Die hätten ja auch einen Bumerang tropfen können, oder? Tom, ist auch das so. Ich wollte aber noch mal, für die ich nicht kenne, ausprobieren. Ja, ja, ja. Dann ist es die Gefahr, dass du stirbst. Rayon, Rayon. Oh, ein Bug. Bist du wieder ein Bug? Ja. Bist du wieder innocent? Was ist denn los heute? Ich bin auch schon wieder innocent. Ja, ich meine, das ist ja unglaublich. Und Spezi nicht, der Traitor. Spezi ist immer Traitor. Ja, ich will sagen. Spezi ist vogelfrei. Spezi wird jetzt weggekrobot. Spezi, ich erkläre dich hiermit als vögelfrei. Also Spezi, du bist Traitor, gibst du das zu? Ja. Okay, dann ist Herr Kau es. Ist ja wie am Schiff. Hier ist eine Leiche. Hier ist eine Leiche. Hier ist mir was. Ah ja, da bist du ja, Rayon. Hi. Ja, da ist eine Leiche drin. Aber folge mit da vorne, ist nämlich der Lagerraum. Oh, was lagert denn man da? Äh, Autos und Automaten. Ganz viele Out. Automaten in Autos, wenn ich bitte darf. Ja, Automaten in Autos. So, das hier ist der Lager. Davon explodiert nix. Da brennt, äh, brennt es irgendwie. Und da verbrennt jemand im Truck. Da ist Sonic im Truck. Gut gemacht. Sonic, sehr gut gemacht. Liebst du noch? Sehr, sehr gut gemacht. Ja, der hat sich bewegt. Schade. Oh, er schiebt die Automaten aus. Okay. Wo seid ihr denn? Letzten Thomas, Chris ist eben hier. Ich halte dagegen. Chris, hilf mir, ich halte beide. Scheiße. Chris ist es, Chris ist es, Chris ist es. Ja. Gut gemacht, Chris. Was ist mir jetzt? Ich kam gerade um die Ecke und dann kam das so ein komischer Regenbogen. Okay, aber die beiden habe ich erfolge. Ich sagte mir, ich hätte überlebt. Nein, habe ich nicht. Ich habe noch gesagt, Chris ist es. Oh nein, ich bin so blöd und hör erst mal ne halbe Zuhu. Ne halbe Zuhu. Ey, ich habe hier das Haferfleisch-Zeichen gefunden. Oh, ne, vielleicht ist gleich einer von uns Traitor. Leute, ich bin hier in der Stuck-Position. Ich muss aus dem Schiff rausklettern. Und da ist der Anker oder irgendwas. Da höre ich so ein Dung, 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 Dung. Ich bin ja schon wieder in der Säden. Oh, da ist die Schiffsschraube. Da ist die Schiffsschraube. Ich gebe dir gleich eine Schiffsschraube. Ja, schau mal rein. Ne, ne, das lasse ich lieber. So, ich bin aber wieder hochgeklettert. So. Ich gebe dir gleich eine Schiffsschraube in deinen Mull. Ey. Ja. Pink is Bonnie hat mich angeballert. Ich gebe dir gleich eine Schiffsschraube in deinen Mull. Das war Liebe, ne? Das war Liebe. Okay, dann ist es okay. Hau mich auch, komm, hau mich. Dann muss ich umdrehen, ich will schon noch im Arsch. Ja, bück dich für mich. Wie viele HP hast du noch? Äh, 63. Ja, dann darfst du noch mal. Seid ihr oben beim Heli? Ja, okay, jetzt haben wir gleich viel. Diese Liebe, sie ist so abgöttlich. Ja. Seid ihr oben im Heli? Nein. Ja, vielleicht. Wir sind im Keller. Wieder einfach. Mir fällt gerade auf, dass da einfach Alex Wenz spricht im Heli drin. Nee, ehrlich. Alex wer? Alex Wenz aus Half-Life 2. Half-Life hatte nie mehr jemand gespielt. Guck keiner. Richtig geile Spiel, Alter. Warum hast du keine Waffe? Ich habe eine Waffe. Was ist das? Halt doch mal stehen. Hallo Leute, ich sehe euch da unten. Hallo. Hallo, schaut mal so hoch. Hallo. Ah! Ich skaufe, verschwinde. Oh Gott. Wann dann auf Chris einfach so, oder? Hab ich gehört, oder? Ja. Okay. Ja, der ist da an dem Hubschrauber. Das können nur Traitor. Ja, das können wirklich nur Traitor. Nee, das können nicht nur Traitor. Hallo. Hey! Spezi. Spezi, okay. Jetzt muss ich erst mal warten, bis der Heli wieder landet. Ja, wir haben Zeit. Behält dich doch! Trinkt da gerade wer? Raren, hier gibt es übrigens Props, ne? Ich weiß, was du tun bist. Nee, ich lebe. Nee, jetzt musst du nichts. Mein Name ist Spezi. Wir haben euch immer getäuscht. Der andere tut die, der gerade... Ja, wo bist du dann? Ja, ich lauf gerade rum. Wo? Auf dem Schiff. Oh Gott. Die Shot Rifle ist schon nice. Ich höre Schiff, aber oben. Das war der Shot Rifle. Die Scholl rufen? Ich sage, der Shot Rifle ist nice. Ich war ganz oben da, wo doch eh die Landeplatz ist. Die ist eins nice am Bienen. Alter, wie meine Leiche schon wiederum rufen. Ich lutsche meinen Fuß. Okay. Jeder, was er will, ne? Ich lese auch mal Traitor, ich weiß, hat 1890 Runden nicht mehr Traitor. Na, es gibt ja auch Leute, die durch schon was anderes bei sich selbst, ne? Das ist ja das noch legitim. Habe ich zumindest gehört, ich selbst nicht. Ja, sprichst du aus Erfahrung? Ja. Ja, natürlich, ich sitz jeden Abend da, verrenkt mein Körper komplett und durch den Schwanzen. Es gibt nichts Geileres, als an seinem eigenen Schwanz zu lutschen. Was? Wieso willst du wissen, ob ich Traitor bin? Soll ich dir eine Traitor-Waffe droppen? Was willst du denn? Ein Boom machen. Weil mir trissst man das auch nicht, damit trissst du auch niemanden. Doch. Das ist eine One-Head-Waffe, du Duli. Ja, zeigt es mal an mir, nicht an mir, sondern an jemand anderem. Okay, da musst du mir gehen. Ja, hier ist er doch. Wo denn? Da, hier. Wo denn? Du hast ihn doch schon aufgehoben. Oh, hallo, dein Spezi. Einfarschen. Ich hab keinen Boom. Das ist ja weggepackt. Ja, das bin ich. Alter. Ich hab auf jeden Fall keinen Boom machen. Übrigens, Leute, den ganzen Stream lang. Einen Zuschauer. Bist du selbst? Auf Twitch waren es wenigstens vier. Auf Twitch waren es wenigstens vier. Ähm. Dein Haar hat gerade rausgeguckt. Ja, kommt vor. Bist du ja so ein Boomerang? Nein. Warum nicht? Weil ich kein Feuter bin. Warum nicht? Hier gibt's keine Traitor. Achtung, da landet gleich der Heli. Öl. 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 Da landet gleich irgendwo der Heli. Du solltest dich vielleicht nicht da hinstellen direkt. Oh. Ich will rein. Hi. Hi. Ah. Mondmeier. Sicher? Nee, das war die Laber nur. Achso. Ja, ich dachte mir auch. Was wollen die bitte wissen? Ja, genau. Ich konnte ja keine Boom machen droppen. Ich bin ja kein Traitor. Ja, siehst du mal. Das ist der Beweis. Das Piraten warst du im Boomerang trotzdem, oder? Nein. Aber ich hätte ihn gerne. Ja, als ob. Du hast ihn. Nein! Dein Gelache hörte sich aber so an, als ob du ihn hast. Nee. Ich bin ein nettes Pony. Und ich habe keinen Bomberang. Ich könnte ja richtig dick abkacken, ne? Wieso? Weiß ich nicht. Macht man so im Klo, glaube ich. Ja? Was machst du denn da? Was? Das sieht ganz schön eklig aus, was du da machst. Bleib mal stehen, sonst treffe ich dich nicht. Hä? Was? Ja, bleib mal stehen, hinter dir. Was? Ich bleib einfach mal nicht stehen. Du hast wahrscheinlich gerade das Radar auf, ne? Nee, nee. Dann ziehe ich gerade mit Thomas, ne? Nee, nee. Was denn da? Thomas ging übrigens direkt hinter dir vorbei, als du weggeleitet bist. Aber ohne Scheiße, ich habe keinen Bomberang bekommen, ne? Ja, okay, dann ist er wirklich weggeglischt. Ich habe ihn hier hingeworfen. Naja, das sagen sie alle, alle Trader, ne? Weil ich habe ihn auch nicht mehr. Reh um. Du bist das beste Reh. Ja, weil ich ongel. Alter, dein Arsch ist blutig. Ist das blöd. Also im nächsten Mal muss ich die Leute entgegen. Ich ziehe dir die Feste rein. Ziehe dir die Feste rein. Oder kann man den Bomberang nicht droppen? Doch, den Bomberang kannst du droppen. Ich bin ja schon wieder in der Zeit. Ist das ein Indosentrunde oder was? Ja, komm mal, ich muss dich jetzt töten, tut mir leid. Komm mal her. Ich kann das verstehen, ich muss dich töten. Nee. Doch, Frust. Lass mich nicht von dir vertöten. Vertöten was. Ich darf dich vertöten. Ich darf dich vertöten. Rezi, schieß. Ja, ich habe auf den Boden geschossen. Ja. Ja, und warum habe ich da einen Schaden bekommen? Ich darf das. Ich habe nicht auf den Kopf geschossen. Traitor-Schwein. Ich habe aber auch Schaden. Merke ich gerade. Jetzt auf einmal. Ist das vielleicht Standard? Ja, ich kann ja gerne runterkommen, wenn der Helikopter mal landet. Nee, komm jetzt mal direkt runter. Ja, dann bin ich direkt dort. Nein, das überlebst du schon. Kannst du doch im Tradershop bestimmt einen Fallschirm kaufen. Ey, ich spiezi. Ah, okay, es lebt noch immer anders. Kleiner Tipp, grappling hook. Spiezi. Hallo. Ich glaube, spiezi ist der. Der hat geschossen. Spiezi. Du bist hurt. Wieso bist du hurt? Ich weiß es nicht. Ich habe es nicht mitbekommen. Frag dir mal, warum ich hurt bin. Du bist auch hurt? Ja. Was? Hier, guck. Nichts da, tschüss. Hier, guck doch, ich bin hurt. Guck hier. Okay. Ja, ich bin im Heli drin. Gemeinsam mit Spezi. Alter, du bockst bei mir irgendwie. Ah, die Tüche. LOL. Was war das? Ich bin gerade gestorben, weil ich im Heli drin festgekriegt bin. Alter, die Map hat sich umgebracht. Ich bin gerade gestorben, weil ich im Heli festgekriegt bin. Ja, du bist zu fett. Ich habe auf den Heli geschossen, dann kam er plötzlich Rauch raus. Ich weiß nicht, vielleicht hat er das dazu beigetragen. Du fettes Schwein. Alter. Tötet der mich einfach mal. Weißt du, da, 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 da habe ich mal. Na, da, da, da habe ich mal. Ja, gerade richtig fett am Aufgehen ist. Und was ist? Was ist? Ich sterbe durch einen fucking Glitch. Welcher Plan? Ja, ich habe nur einen Dead Ringer. Boah, heftig. Naja, vielleicht habe ich dich erschossen und durch einen Dead Ringer bist du gestorben. Ja, ich bin ja gestorben, aber ich bin ja gestorben, weil ich, weil du sobald du 1 HP Schaden nimmst, stirbst du ja da mit einem Dead Ringer. Ja, ja, genau. Und dann bist du wahrscheinlich rausgeglitcht, ja. Hallo. Nee, ich bin voran. Ich bin doch voran. Bist du wieder mal Träter, willst du mir einen Bumerang droppen? Danke. Ja, klar, hier. Guck, Bumerang. Wo denn? Nein. Oh, scheiße, Fallschaden. Hier. Warte, hier. Oh. Vorsicht, geh weg. Ersthaft. Was machst du denn? Wieso hast du mir das geworfen? Mach ich nicht daran, dass du da hingehst und dir die Granate angucken. Alter. Was machst du denn? Hä? Wo ist der zu Ende? Hast du wieder den Bumerang weggepackt? Wenn du den Bumerang hinschmeißt, macht es plock, plock und dann ist er weg. Ach, du bist Trailer, also? Fuck you. Meinst du, das ist eine Frage? Nee. Leute. Springt nicht in den Rotor vom Heli. Nicht? Was? Ich dachte, lass das. Der schreitert euch über die ganze Mem. Das wär's wert. Ich sehe dann eine Leiche. Und Container. Und Kisten. Und ich höre kein Schwein. Hi, Tigger. Endlich mal ein Zuschauer. Keine Ahnung, wie viele noch leben. Weißt du das? Nee. Wie viele noch leben? Anscheinend alle noch. 13. Aber wie schafft man es denn in die Rotorblätter von dem Heli zu springen? Was geht ab in dieser tiefen Nachtstunde, Tigger? Alter. Wir haben einen Zuschauer, Leute. Aber wie geht das jetzt? Wie springt man bitte in den Rotor rein? Man klettert auf den Heli rauf. Er ist einfach reingepackt. Nee, man klettert auf den Heli rauf. Der Leon rein. Los jetzt, Thomas. Ach, fuck you. Go, go, Thomas Ranger. Thomas Ranger, was? Nein, nein. Ich versuche mal reden. Ich kletter halt so auf den Heli rauf. Oh, fuck. Ich kletter halt so auf den Heli rauf, wenn ich mir denke, komm, wenn man in CSGO auf den Heli raufklettert, dann stirbt man auch nicht. Und auf einmal, bum, trifft mich das Rotorblatt. Ja, das ist natürlich dumm, Chris. Das ist dumm, weil ich wollte eigentlich in den Rotor reinspringen und mich dann quasi tauschen, Position, aber das ist gar nicht am Server da, oder? Teleporter gibt's. Ja, aber du kannst nicht hier nur selber teleportieren. Ja. Das andere müsste ich nachsehen. Ich weiß jetzt auch nicht aus, wenn ich was zu alt bin, wie der einzelne Traitor was vermass. Hoppla. Bin ich da. Das ist ein Special-Spezif. Wer ist ein Traitor? Kann der Traitor mal bitte gucken, ob man einen Boomerang droppen kann? Nice! Oder ob ich zu doof bin, oder ob ich zu doof bin. Oder der Traitor vielleicht auch zu doof ist? Nee, der Traitor ist geil. Leute, wir haben einen Zuschauer, der zufrieden ist mit dem Stream. Ich bin happy. Wow. Wie weit zufrieden? Wie kann man denn mit dem Stream jetzt zufrieden sein? Ja, ich kann mich auch nicht vorstellen. Ja, ich meine nur so, Iphoal erreicht, ich... Hör jetzt auf. Das ist bestimmt deine Mami, oder so. Ciao, Leute. Bye. Jetzt verpiss dich, wenn du schon sagst! Wo ist denn das Pinke Pony? Okay, Leute, ich hab grad gemerkt, ohne YouTube läuft's doch nicht so. Das heißt, ich bin wieder da, nach 10 Sekunden des Abwesenseins. Wo ist das Pinke Pony? Das waren 10 schlimmsten Sekunden meines Lebens. Wo ist das Pinke Pony? Das Pinke Pony, das ist hier vorne, da wo No Fucking Smoking draufsteht, irgendwo drin, bei den Computern. Hallo, Mondmeier? Nein, ich bin nicht da. Das ist interessant. Ja, genau, er schlag mich mit dem Schreibgestütz. Das ist sehr interessant, gerade, was ich gerade entdeckt habe. Was hast du denn entdeckt? Oh! Deinen Schwanz! Echt? Den kann man entdecken. Den gibt's. Ja, ich hab die Mückenlarve entdeckt. Deine kleine Arme über. Vorsicht, weg, 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 geh weg. Spitz, mach mir schaden! Spitz, mach mir schaden! Das war, du wirst ins Feuer gehen. Das war keine Absicht. Ah! Da ist kein Feuer! Nee, alter, blockier mich doch nicht! Was macht ich? Was denn? Woher, geh weg da! Da ist Feuer! Aua! Da ist Feuer! Ja, sag ich ja! Ihr seid so krass. Ich hab'n Fass. Was guckt ihr mich da mit der Reis an? Hallo, Spitz. Hilfe? Wo? Ich schieße auf das Fass. Ich schieße auch auf das Fass. Es explodiert die nicht. Es explodiert schon nicht. Keine Ahnung. Keine Ahnung was. Das verwundert mich gerade. Dass das Fass nicht explodiert. Aber ich denke, Chris, durchschießen kann, wenn ich auf das Fass schieße? Ja, bestimmt. Wo ist das Fass hin? Hey! Ich nehme ja ein neues Schuss. Ha! Ist im Meer. Ob das Fass explodiert? Nee. Das explodiert nicht. Ich werfe jetzt einfach die Fässer ins Meer, Leute. Wo bist du? Ich will zugucken. Ich bin an der Spitze. An der Spitze. Am Bug. Heck ist die Rückseite, oder? Ja, ja, ja. Alter, ich kann die Kisten einfach hinterherziehen, aber nicht hochheben. Natürlich scheiße, ne? Warte, ich habe die... Lebt Spätzchen noch? Die Kisten? Ja, ich lebe noch. Das ist nett von dir. Finde ich sozial. Ich will sozial von mir, dass sie noch lebt. Alles klar. Ich mag, Leute. Was war das? Mit dem Disco von der... Da unten stirbst du nicht. Hallo? Da unten stirbst du nicht. Ja, trotzdem. Du kommst irgendwo wieder hoch. Irgendwo ist ne Leiter. Ja, da ist ne Leiter. Warum brauchst du mich in die Richtung? Komm mit. Komm mit. Zum Spaß. Denkst du, ich schwimme zum Spaß einmal ums halbe Schiff? Okay, ums Viertelschiff. Aber so genau müssen wir sie jetzt auch wieder nicht nehmen. Achso. Und weiter Fässer ins Meer hauen. Chris. Ach nein, ich bin auf der falschen Seite. Ja, Rayon. Also, Rayon. Entschuldigung. Hi, Chris. Hi, hast du da noch Schott? Ne Schott-Riffle? Nein, ich hab ne normale Riffle. Sollen wir mal testen? Nee. Soll ich testen? Danke. Soll ich testen? Nee. Soll ich nur testen? Willst du wirklich? Wer? Wer von euch? Ich weiß nicht. Wer von uns? Das ist jetzt natürlich die Frage. Es war Spezi, da bin ich mir ziemlich sicher. Spezi ist der Einzige, der gerade nicht hier ist. Spezi ist es, natürlich. Ja, wo ist Spezi denn? Spezi muss es sein. Wir haben gerade Chris seinen Tod. Was haben wir gemacht haben? Du hast Chris getötet. Ja. Wo liegt die Leiche? Hier. Am Bug. Ja, hier. Ich bin vollkommen vorangemessen. Ich bin beim Helikopter. Okay. Gut zu wissen. Was macht ihr denn? Ja, was machst du denn? Ist die Frage. Ja, ich meine, du bringst ja alle um. Wir haben dich gerade entlarvt. Ja. Ja. Ich bin gerade dabei. Wann und wo? Jetzt. Hier. Wo ist hier? In deinem Sech. Nein, nein, nein. Bitte nicht fangen. Nein, nein. 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 Ich sterbe durch den Pass, wo man so ein Helikopter ist. Du bist gar nicht im Heli. Wo ist der Dully? Hä? Wo ist der Helikopter? Ich dachte, er wäre in Heli drin, aber es ist wahrscheinlich nicht. Lebt er noch? Keine Ahnung. Ich glaube, der tut es also, wenn er tot ist. Der ist bestimmt Traitor. Stimmt. Er hat gerade mit dem Thomas gepackert. Ich weiß er nicht. War Spezi, ne? Er hat uns verfehlt. Ja. Hey, warum schießt du auf mich? Ich weiß es nicht, weil du Traitor bist. Oh. Alter, hat die gerade zusammengespielt und hast du wirklich nicht gecheckt, dass Ray mich erschossen hat. Ich habe nicht gecheckt, dass Ray mich erschossen hat. Ich dachte, du lebst noch. Ja, du siehst mich an. Er steht neben dir. Er schießt mich einfach. Hä? Ich habe nicht gesehen, dass du erschossen wurdest. Das Fassel-Milie hat mich einfach getötet. Auf South Park gibt es keine Waffen. Auf South Park gibt es keine Waffen. Dann ist Outset Island. Nuklear-Power klingt interessanter. Ne, warte, komm, wir machen 50-50-Shows. Outset, Outset, Outset. Ja, da wird deins genommen, weil deins zuerst war. Das Ficks klingt lustig. Das hätten wir nehmen müssen. Kleiner Tape, guck mal, Let's Play. Dann wisst du alles.